In the game Moin molletsch, willkommen hier auf mich, genau das glaube ich, genau, willkommen im Deutigen 47. Part unseres schönen FIFA 15 Let's Plays Und es neigt sich so langsam zum Ende hinzu, ja genau das Let's Play Ja, ich glaube 8 Spieler oder so, dann fangen wir mit Disney findet ihr schon mal wieder vergessen zu simulieren, deswegen werden wir jetzt simulieren So, ich glaube das ist ein bisschen unschief, ne, also So, ich hoffe das ist einigermaßen ok, so 0-0 ging es aus, ok Naja, heute gegen Dortmund Das Rückspiel der Champions League wird echt knar-, äh krass, ja genau krass wollte ich sagen So Ähm, ja Finale dann gegen Herder PC Ähm, DFB Pokal, und ja Da würd ich sagen, machen wir los Und bevor wir anfangen, grüßen wir heute nochmal den Ben Master 2 Der gute alte Limmel, der Felix Ja Und ich will eigentlich gar nicht so viel Zeit verlieren, weil Ihr wisst ja wegen dem Uploaden Das ist halt immer so ein bisschen ne schwierige Kreuz So Rode, was will Rode hier Oh ne, oder? Reus verletzt What the hell Alarm, Götze Reparier Grabo Kommt die wieder Alte Übel viele Verletzte Ok Profi hatte 5 Minuten Live-Botten war wir gegen Borussia Dortmund Und Ja, falls das Video unprofessionell wirkt, würde ich mich auf jeden Fall schon mal entschuldigen Weil das so un-, also weil das so schief ist, wisst ihr Naja, ich krieg so mein Geburtstag ne Kamera Mit nem Standfuß, mit Kamera Dann wird es ja besser Auch mit Facecam und so, wisst ihr Mit Facecam Das wird richtig geil So, jetzt hoffe ich, hoffe ich, es klappt So alles So jetzt So, jetzt ist das Bild ordentlich So Und ich hoffe, dass nicht mehr wie beim letzten Mal Die Kamera dann so blöd runterfliegt Ich hab ja wieder so ein dummes Gefühl Auf jeden Fall Auf jeden Fall Mit einem unterschiedlichen Spiel, hab ich gewonnen und bin im Finale Hammer Gleich mal hier 1-0 Müller Richtig geil Richtig geil 1-0 Bayern Geil Profi-Modus, ne Bei FIFA 17, da bin ich schon 16 Da mach ich dann durchaus Mal Weltklasse What the hell, what the hell Ja Ich bin echt froh, wenn ich mal meinen Standfuß krieg Weil das kotzt mich langsam ein bisschen an Weil ich mich hier auf das Spiel konzentrieren muss Und nicht So ein Kack hier So kotze Kotze! Nein 2-0 Alter 2-0 2-0 Alter Müller 1-0 2-0 Das ist Thomas Müller 2-0 2-0 2-0 Richtig geil. Geil, Mann. 2-0. 9. 2-0. Müller. Rital. Nein, was macht er? Was macht er? Was macht er? Müller. Was war denn das wieder? What the hell? 1-0. 16 Minuten erst und schon fast 7 Minuten. Das geht gar nicht. Oh, ernsthaft. Dumm oder so. Ich geh nach rechts wie immer. Puh. Bin trotzdem noch in Führung. Na komm. Ja. Mensch. 3-2 steht's noch. 3-2 steht's noch. 1-8. 2-1. 1-3. 1-4. 1-4. 1-4. 1-5. Oh, solche blöden Unterbrechungen. Na komm. So. Vidal. Alter. Echt mal. Oh, ernsthaft. Na komm. Abwehren. Abwehren, abwehren. Oioioioi. So und dat. Morgen gibt's ja... Morgen gibt's ja... Sammelmabenvorstellung. Dienstag. Weiß doch gar nicht, was für eine Sammelmappe ist. Kommen wird. Aus dem Kopf heraus. Oh nein. Zu spät reagiert. Ich hab doch gedrückt, Mann. Ernsthaft. Ernsthaft? Er bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Mario Götze. Was war das Wetter für ein Scheiß-Bass? Und erschärft diesen Angriff des Gegners. Ramona. Krammer. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Nein. Er ist ein Mannschaftskamera. Ja. Er wird meine Mannschaftskamera raus. So ist Leibzeit. So ist Leibzeit. Da kann der mich auch gut spacken. Leibzeit. So zwei Minuten nach Spitz. So pfeif ab. Pfeif zur Halbzeit jetzt ab. So. Zur zweiten Halbzeit. Ribéry jetzt am Ball. Nein. Passt für Ribéry. Nein. Schweinsteiger zu Müller. Müller. Müller zu Ribéry. Ribéry zu Götze. Götze verliert den Ball. Jetzt Schweinsteiger an der rechten Flügelseite. Blatt rein. Nein. Schau das dauert dann wieder nicht so lange beim Uploaden. Nein. Nein. Alte. Falte. So 50. Minute. Nein. Egal. Ein Wurf. Müller am Ball los. Was? Das war der Maximal Elfmeter oder? Ja. Götze blabwehren. Scheiße. Nein. Die sind zu langsam. So. Hummels. Schweinsteiger. Was macht denn Alaba? So. Götze los. Ja. Ribéry. Der ist gut. Der ist gut. Babam. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Als Zeitpunkt muss ich jetzt weitermachen. Richtig hammergeil. Hammer. Ei. 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 Ein dreifaches. Ei. 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 Aber Wochenende ist leider erst am Freitag. Und heute ist Montag. Ich hasse Montage. Vital. Abfuck. So. 14. Minute gleich. Hahaha. Alter Müller. Das ist aber ängstigend. Was da hier abliefert. What the fuck. 4-1. Ich bin im Finale. Ich bin im Finale. Huohoh. Huohoh. Finale. Huohoh. Finale. Huohoh. Bebebebebe. Ich glaub letzte Saison. Also. Bei der 415-3 Karriere. Bei der ersten Saison war ich gerade in der Champions League. Ne. Das ist ja glaub ich immer so. Und jetzt könnte ich vielleicht den Triple holen. Das Triple kann ich holen. leute und so machen halbwegs mal so groß kreuz so und das sind so siebzigste Minute jetzt Müller! Nein! Aaaaaaah! Wie das denn? Scheiß Zeitverzögerungen hier! Ja, ja, komm! Wenn sie mal hier anstarrt! So! Lahm! Ha! Ha! Scheiße! Oh, was macht denn Ribéry? So, 80. Minute gleich, was macht denn? Sinnlos! Sinnlos, Telefon! So, 80. Minute gleich! Schweinsteiger! Ah, abfuck! So! So! Egal! Egal! Ich bin trotzdem im Finale! Es gäbe ich einen Scheißdruck an! 1,8. Minute Aber jetzt noch Kitten, Kitten mal reinlassen hier Das Schweißschlag ist ja auch so langsam 18 Minuten Klar hier am Start Für 8,7 Minuten Mann So So Kramer Ha, Dankeschön Vital Scheiße Okay, so, kleiner ist es in Minute Was sehen wir für die Nachspielzeit es gibt Und zwei Minuten Scheiße, der Ball weg Geh, Gubi Nein Abseits So, jetzt pfeif ab Pfeife die Scheiße ab jetzt Pfeif ab Ja Finale Mal gespannt gegen wen wir das spielen müssen Mal kurz nochmal Richtig geil Im Finale Wow Gegen Real Madrid Wir müssen im Finale Gegen Real Madrid Alter Das wird richtig krass Jetzt nochmal hier Bundesliga Finale Also Zwischen Dortmund und mir Hertha BSC Im DFB Pokal Finale Und jetzt noch dazu Real Madrid So Das nächste Spiel Okay Was ist eigentlich mit der Euro-Meisterschaft Egal Zwei Spiele werden jetzt noch kommen Hier Im Januar Dann war es das mit 4,15 Man Ne Ich mache noch gegen Stuttgart Wegen dem Bundesliga Finale Wisst ihr So Drei Let's Plays Kommen noch mit 4,15 Ja Das neigt sich wirklich zum Ende hinzu Und dann sage ich trotzdem Tschüss Bis morgen zum Sommer Am Vorstellung Dienstag Das geht auch gerade Wuuu